Hallo, mein Name ist Anselm Zessler. Ich bin hier in Sursee, das ist in der Zentralschweiz. Und ich bin hier im X-Store. Und hier ist nicht nur der X-Store, sondern hier wird auch die gesamte X-Motorrad- und Fahrradbekleidung vom Entwicklungsteam entwickelt, gezeichnet, konstruiert. Und heute geht es um das Thema Tourenstiefel. Und ich möchte gerne mal verschiedene Modelle vorstellen. Die haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Vom Tourenfahrer, der vielleicht auch mal abseits der Straße unterwegs ist, bis hin zum Damenstiefel oder auch eine Sommerversion. Sodass man mal ein Gefühl hat, was gibt es denn eigentlich für Funktionalitäten und was ist der richtige Schuh für mich. Und alle Schuhe haben aber eins gemeinsam. Sie entsprechen einer Sicherheitsnorm, wonach wir bei X die Schuhe prüfen lassen. Das ist eine europäische Norm. Das ist die EN 13634. Und diese Norm, die beschreibt dann verschiedene Testkriterien. Da gibt es die Abriebfestigkeit oder die Schlagdämpfung im Knöchelbereich vorne hier auf der Kappe. Also die muss verstärkt sein natürlich. Die Ferse muss verstärkt sein. Schienenbein ist natürlich verstärkt. Dann gibt es aber auch diese Torsion. Also das Verdrehen von so einem Schuh. Im Sturzfall kommen da ja vielleicht ungeahnte Kräfte auf unsere Füße zu. Da soll der Schuh natürlich auch unterstützen und helfen. Und auch diese Quersteifigkeit nennt sich das. Dass so ein Schuh eben halt auch, wenn vielleicht mal ein Motorrad auf den Fuß fällt oder so, nicht der Fuß gequetscht oder so leicht gestaucht werden kann, sodass hier eben halt alles schön fest und kompakt umbaut ist. So und das ist für uns ein Qualitätsstandard, wonach wir alle unsere Schuhe, ob nun die großen, kräftigen oder auch die leichten für den Sommer, prüfen lassen. Und man kann das erkennen immer an diesem Prüfzeichen. Ich habe hier mal so ein Futter aus dem Schuh rausgenommen. Hier sieht man dieses Prüfzeichen mit dem Motorrad. Da steht auch eben diese EN13634 mit drauf. Das ist eben diese Norm und das CE-Zeichen. Und da sollte man immer darauf achten, wenn man einen Schuh kauft oder überhaupt Motorradschutzkleidung, dass sie eben halt CE gekennzeichnet ist und einer Prüfnorm entspricht. Das gibt euch die nötige Sicherheit und den Schutz. So und ich würde vorschlagen, ich starte mal hier mit einem kräftigeren Schuh durch. So am Anfang, das ist unser Montevideo ST-Stiefel. ST steht für Wasserdichtigkeit. Das ist schon mal eine wichtige Eigenschaft. 100% wasserdicht ist dieser Stiefel und er ist auch atmungsaktiv. Das heißt also, die Feuchtigkeit, wenn man schwitzt, die kommt gut raus. Und damit die gut rauskommen kann, sehen wir hier innen drin schon dieses Mesh-Futter. Das ist so ein dreidimensionales Futter, was wir bei unseren Schuhen einbauen. Das gibt im Grunde genommen einen Luftabstand zwischen dem Fuß und dem Stiefelinneren. Und so kann die Luft perfekt zirkulieren und die Feuchtigkeit kann gut abtransportiert werden. So, da wir gerade hier im Inneren sind, sehen wir hier noch dieses rote Polster. Das ist auch eine interessante Geschichte. Findet ihr übrigens nur bei X. Und zwar ist das verstellbar. In einer Schienenführung kann man das hoch- und runterschieben. Und das hat letztendlich neben dem Komfort, das ist ein ganz weiches Polster, neben dem Komfort hat es die Eigenschaft, dass wenn ich es runterschiebe, wird der Schaft innen drin enger. Und das heißt, wenn ich schmale Waden habe, schiebe ich es weiter runter, habe ich dickere Waden, kann ich es eben hochschieben und ich habe den nötigen Platz im Stiefel. Oder, was ich auch machen kann, ich kann es rausknöpfen. Hier sieht man auch die Schienenführung. Und wenn ich es rausgeknöpft habe, dann passt auch so die richtige dicke, kräftige Männerwade auch noch in so einen Schuh rein. Also, perfect fit bei X. Das ist ja so das Thema, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. So, dann sehen wir hier diese kräftigen Schnallen. Da ist eben halt auch wichtig, dass die sich leicht bedienen lassen. Man kann sie auch in der Länge verstellen. Wir haben im Knöchelbereich, man kann es auch hier hören, eine ganz starke Verstärkung. Der Schienenbereich ist verstärkt. Die Schaltverstärkung ist da. Wir haben eine ganz kräftige Sohle. Und das ist jetzt im Grunde genommen der perfekte Stiefel, wenn ich auf Tour bin, auf Weltreise, wenn ich auch mal abseits vom Asphalt unterwegs bin. Der hält richtig was aus und der stützt meinen Fuß auch mal eben halt, wenn ich über Schotterpisten unterwegs bin oder mal den Fuß absetzen muss. Trotzdem haben wir noch eine gute Laufeigenschaft. Also da legen wir eben halt auch Wert drauf, dass man eben halt mit so einem Motorradschuh nicht nur geschützt ist, sondern auch diesen Komfort hat, dass man damit auch mal durchaus gut laufen kann. So kleine Details wie Stretchzonen im hinteren Bereich und so sind für uns selbstverständlich. Also solche Komfortgeschichten haben wir natürlich auch noch eingebaut. Neben diesem hohen, kräftigen Stiefel schauen wir jetzt mal auf ein anderes Modell. Und zwar, da schaue ich mal eben kurz drauf, das ist der Nordin Stiefel. Was an dem schön ist, übrigens auch an diesem Turnstiefel, die sind aus echtem Rindleder. Heutzutage werden Stiefel meistens aus Kunstmaterialien gemacht. Das ist keine schlechte Qualität, die sind auch sehr robust. Microfiber nennt man es meistens. Ich glaube, so nahezu jeder Sportstiefel ist heute aus Microfiber. Und wir setzen natürlich solche Hightech-Materialien ein, aber wir setzen auch echtes Rindleder ein. Und wenn man so einen Schuh anfasst, das ist schon ein schönes Erlebnis. So ein Leder, das arbeitet mit der Zeit mit, das passt sich dem Fuß an. Und das ist letztendlich ein Qualitätsmerkmal, das kennt man auch bei anderen Schuhen, wenn man Freizeitschuhe trägt. Ein richtig guter Lederschuh aus einem wachsigen, weichen Rindleder, der hat schon seine Qualität. So, was ist an dem Nordin ansonsten noch interessant? Er hat eben halt zwei Reißverschlüsse hier, die wir hier auf beiden Seiten eingearbeitet haben. Und ich öffne das mal eben. Oben gibt es den Klettverschluss. Und der Vorteil jetzt da dran ist, dass ich den unglaublich weit öffnen kann. Oftmals ist es schwierig, eben in so einen Schuh reinzuschlüpfen. Und durch diese beidseitige Reißverschlusslösung ist das unglaublich flexibel und gibt auch eben den richtigen, nötigen Komfort. Wasserdicht ist er natürlich. ST steht immer am Ende des Produktnamens. Soltotex-Membran. Man sieht es auch sehr schön hier an diesem Labeling. Und ja, das ist jetzt ein nicht so hoher Stiefel, der aber trotzdem eben halt diese Schienbeinverstärkung hat. Schaltverstärkung gehört natürlich auch dazu, damit man im Grunde genommen den C-Bereich durch viele Schalten nicht zu sehr belastet. Und auch der Schuh natürlich in dem Bereich keine Abnutzung hat. Wir haben die stabile Kappe, die stabile Ferse. Wir haben hinten einen kleinen Reflektor noch eingebaut. Und auch hier haben wir hinten nochmal eine Wadenverstellung eingesetzt. Die ist auch nicht schlecht. Da kann ich im Grunde genommen das öffnen und ein bisschen in geöffnetem Zustand wieder ankletten. Und schon habe ich einen viel größeren Wadenbereich und kann den Schuh perfekt auf meine Passform anpassen. Ja, also das ist auch ein ganz feiner Schuh. Und eben halt im Gegensatz zu dem vorherigen nicht ganz so hoch und sehr komfortabel. Ich schnappe mir mal den nächsten. Ich wollte euch einfach mal diese Unterschiede sagen. Der Pacego zum Beispiel hat jetzt auch diese Funktionalität mit den zwei Reißverschlüssen. Ist auch wasserdicht. Hat aber jetzt eben halt diese Microfiber Materialtechnik eingesetzt. Was eben halt auch preislich normalerweise attraktiver ist. Und somit gibt es eben halt im X-Sortiment auch unterschiedliche Möglichkeiten, sag ich mal, den Schuh für sich zu wählen, der auf einen passt. Auch der hier ist niedriger gearbeitet. Das sind im Moment so die ganz beliebten Schuhe, die perfekt passen. Die man schnell anziehen kann und die eben halt äußerst praktisch sind. Schaltverstärkung gehört dazu. Wir sehen auch hier, das ist auch ein Standard, den wir immer einarbeiten. Hier im Spannbereich eine Stretchzone mit Schaumpolsterung drunter, damit der nötige Komfort da ist. Das gleiche hinten oberhalb der Ferse setzen wir auch immer solche Elemente ein. Auch praktisch die Schlaufe hier zum Schuh anziehen, zum Hochziehen. Ich bevorzuge die auch immer ganz gerne. So, das wäre jetzt mal ein Microfiber-Schuh. Und hier haben wir jetzt nochmal einen Schuh, der wieder diese Technik hat. Also wir setzen die eben halt diese zwei Reißverschlüsse besonders gerne ein, weil eben dieses Aufklappen vom Schuh und das Anziehen besonders leicht ist. Stretchzone, wie wir es vorher schon gesehen haben. Auch im hinteren Bereich eine Stretchzone eingearbeitet. Das 3D-Mesh-Futter für die Atmungsaktivität, auch bei allen Schuhen immer mit drin. Und der hat jetzt noch eine Hightech-Membran. Also das ist die Soltotex Plus-Membran. Das erkennt man immer an dem goldenen Soltotex-Zeichen. Und die hat die Eigenschaft, dass die extrem atmungsaktiv ist. Wasserdicht sind sie alle, aber extrem atmungsaktiv. Also das ist derjenige, der sagt, ich schwitze schon relativ stark bei meinen Schuhen. Und dem würde ich zum Beispiel die Soltotex Plus-Membran empfehlen. Gleichzeitig hat der Schuh ein butterweiches Rindleder. Also wenn man den jetzt anfasst, man spürt richtig, was für eine Qualität das ist. Und ja, das macht sich schon bemerkbar, wenn man über viele Jahre so einen Lederschuh trägt, dass man eine gute Qualität hat. Jetzt kommen wir zu dem Bereich der Damenstiefel. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Die normalen Schuhe haben wir natürlich auch in kleineren Größen. Die können Damen tragen. Aber hier haben wir noch eine besondere Funktion drin. Und zwar haben wir einen erhöhten Absatz. Und wir haben bei den Schuhen im inneren Bereich auch nochmal eine Erhöhung drin. Das heißt, dieser Schuh, der ermöglicht einem vielleicht, dass man sich die abgepolsterte Sitzbank spart. Oder vielleicht das Tieferlegungs-Set fürs Motorrad, weil man insgesamt ein paar Zentimeter höher kommt. Und die machen oft für die Standsicherheit eine ganze Menge aus. Das heißt also, wer nicht so groß ist, für den sind solche Schuhe natürlich auch besonders interessant. Und von der Funktionalität her haben wir natürlich die gleichen Sicherheitskriterien. Wir haben die Knöchelverstärkung, wir haben diese Seitensteifigkeit, wir haben die Schaltverstärkung, die Kappe vorne, die Ferse, den Reflektor. Wir haben die Stretch-Zone für den Komfort, das 3D-Mesh-Polster. Wir haben den verstellbaren Wadenbereich, den ich auch rausnehmen kann, wenn ich kräftige Waden habe. Das heißt, auch hier finde ich meine perfekte Passform. Und da gibt es eben halt auch zwei unterschiedliche Modelle. Der eine, wie man es so an der Sohle sieht, ist ein bisschen flacher und eleganter, obwohl er ein paar Zentimeter hochkommt. Und der andere, der ist schon richtig ladylike mit dem Absatz und innen drin auch nochmal mit der Erhöhung. So, und dann haben wir noch einen Schuh, den ich euch einfach nur so zur Abrundung noch vorstellen möchte. Das ist jetzt, sage ich mal, einer, der geht so von der Tour bis zum City-Bereich. Wenn ich also weiß, ich fahre im Grunde genommen bei schönem Wetter, es regnet nicht, dann kann ich auch so einen Schuh nutzen, weil der hat dann jetzt keine Soltotex-Membran drin, ganz bewusst, sondern das ist mit dem Mesh-Material ein richtig luftdurchfluteter Schuh, der natürlich auch diese Torsionsteifigkeit hat, Knöchelpolsterungen drin, Schaltverstärkung, verstärkte Kappe, Reflektoren und so weiter. Also er hat alle Funktionalitäten, die ein Schutzschuh bei X haben soll. Aber er ist eben halt für die City gedacht und ein bisschen leichter und eben halt für das schöne Wetter. So, und das war jetzt ein kurzer Überblick über unser Schuhsortiment. Wir haben natürlich deutlich mehr Schuhe, auch im Tourenbereich, im Sportbereich oder Sneaker und Urban Schuhe. Für jede Zielgruppe haben wir was. Schaut einfach mal bei x.com rein. Dort ist das gesamte Sortiment abgebildet oder bei einem unserer Händler vor Ort. Probiert die Schuhe an, nutzt den Moment, lauft ein bisschen mit den Schuhen, dass ihr ein gutes Gefühl kriegt. Und ich danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss. Ich hoffe, euch hat es gefallen.